heute was geht ab und zwar läuft das event man hat nicht genau gewusst wann es genau anfängt und jetzt auf einmal läuft es einfach heute montag 10 uhr ursprünglich nur für 48 stunden und das wurde jetzt erweitert verlängert bis zum 30 das heißt ein wochenende haben wir auf jeden fall dreifach stern staub aber nicht auf alle pokémon nur wasser gras und boden aber die spawnrate von wasser gras und boden wurde erhöht vor allem überall geboren und weil mehr und weil es jetzt scheinlich das bin ich hier auch noch mal und das war es auch schon ich hoffe ich habe das video noch unter einer minute hinbekommen geht's raus drei verstaub eine woche mit dem sternstück 4,5 das wird echt saftig mal schauen wie viel staub ich sammeln kann wir haben ja große pläne mit dem staub die ganzen hunderte kanto pokémon müssen noch gepusht werden also da muss ich echt reinhauen ich bin gehypt ich habe unter den kommentaren ob ihr gehypt seid für shiny walmer und für dreifach sternstaub das war's von mir wie mal liken subscriben kommentieren check die anderen wie es ab folgt mir auf instagram facebook und twitter check den shop ab vergesst nicht pokémon zuerst business